Musik Einmal Dann einmal für euch wieder Musik an Wenn es zu laut oder zu leise ist, sagt es Oh, ich finde das Outfit so toll Ich habe mal Bis zu diesem Punkt darf ich ja schon Let's Play so Streams gucken Ich habe mir das mal bei anderen mal so ein bisschen angeguckt Bis zu der Szene, wo wir jetzt gerade sind Und keiner Keiner hat so viel Spaß daran, die Leute hier einzukleigen wie wir Das ist doch die perfekte Vorlage Wie kann man die in ihre Standard-Outfits lassen? Wobei, was ich heute eigentlich ja mal testen möchte Warte mal Oder mal anprobieren möchte Wäre Dieses rote Kleid Das will ich nachher auf jeden Fall einmal anziehen Das ja auch einmal Gut Und wir müssen wieder auf Eulensuche gehen Ich glaube, wir haben mindestens eine Eule übersehen So, warte mal Was war unser Auftrag vom letzten Mal? Für mich muss ich einmal leiser machen Fett-Handbuch Ah, okay Artefakte dürfen wir doch nicht benutzen Äh, trafen wir mit Männerk dem Anfall der Widerstand Das ist, ähm Die dunklen Straßen Okay, wir sollen also irgendwie raus Kein Problem Kriegen wir hin So, wir sind hier beim letzten Mal hier In dieser wunderschönen Stadt angekommen Beziehungsweise auch in einem Land Das ist der ewigen Dunkelheit Äh, Sonne kennen die hier nicht Und Das ewigen Schnees Wir leben ja quasi so die Die Magier Die Magier stand hier Oh 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 Ich bin nicht ganz sicher, was wir machen müssen Da ist, wir müssen Auf Äh, äh Sehr hoch Ah, hier ist ein Händler Ja, das Das trifft sich gerade gut Waffen schmieden Was geht da schon wieder los? Also eigentlich bräuchten wir nicht alle Waffen So eigentlich Ich möchte nur die Designs haben Äh Ja, okay, das haben wir beim letzten Mal bekommen Oh, schade Wir können uns gerade keins holen Hm Okay, können wir Was kaufen? Zürgerhaut, Rüstung, Zürgerhaut, Kleid Ja gut, das tut uns alles dicht weiter Okay Gut Also kaufen ist nicht Eule, See und Hürich auch nicht Hm Ne Wir rasten einmal ganz kurz Ich krieg schon wieder Hunger Wenn ich diese Bilder sehe Ich krieg da wohl Hunger Jetzt auch so noch auf die Blutung Die er leidet könnte Beim tödlichen Verlust der Körper Wer mit dem Tod Okay Ja gut Ja, gut, Punkte können wir eh noch nicht ausgeben. Kurz hallo, da könnt ihr Lörg verschwinden. Hallo Mappa und viel Spaß zum Lörg. Und hallo Duftel. Wie geht es euch? Ich weiß gerade nicht so ganz, wo wir hin müssen. Okay, muss ich auch wieder verlassen. Mein Körper will nicht so, wie ich will. Ich glaube, ich brauche noch mal eine Stunde Schlaf. Vielleicht sieht man sich später oder so. Mach das, Iron. Dann schlaf noch mal schön. Erhole dich. Und vielleicht bis später. Und ich muss noch mal nachgucken, was wir jetzt eigentlich machen müssen. Der Questmarker irritiert mich ein wenig. Ich glaube, wir müssen einfach nur mit den Leuten reden. Plötzlich mal. Wir machen das einfach gut. Wer zeigt halt, wenn ich drin bin, zeigt er nach draußen. Wenn ich draußen bin, zeigt er nach drinnen. Leicht verwirrend. Gute Arbeit beim Sammeln der Erkenntnisse. Ich weiß, wie das kann. Das ist aber deine Information. Denn sonst immer eine große Hilfe. Die schlagen Augen haben mich doch nicht etwa beim Herumschnüffeln für uns erwischt, oder? Nein, sie haben keine Ahnung, wo ich treibe. Glaube ich zumindest. Weiß nicht warum, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie mich entzahmt haben und mich nur im Glauben lassen. Ich wäre unentdeckt. Okay. Ja, ich glaube, wir sollen mit den Leuten reden. Die haben plötzlich da so ein Ding gehabt. Oh, Dana, was ist das für ein Gestank? Der kommt von dir. Wann hast du das letzte Mal gebadet, hm? Hey, mach mal halblang, ja? So überrieche ich nichts. Redest du so mit jemandem, der täglich durch die Kanalisation streift, um den Plunder an Land zu ziehen, den wir für diesen Laden hier brauchen? Ähm, jo. Wenn Renner, wer euch hierher gebracht hat, dann bedeutet das, dass man euch vertrauen kann. Betrachtet euch als Ehrenmitglied der Silberschwerter. Ihr könnt diesen Ort nach Belieben nutzen. Nett. Ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ihr mal mit einer Rennerin unterwegs seid. Bin mir nicht sicher, ob mir die Sache so geheuer ist. Ihr mögt sagen, dass sie auf unserer Seite ist, aber man kann ihnen nicht trauen. Nicht? Jetzt haben wir aber wirklich fast das. Oder ist oben noch jemand? Hier ist noch jemand? Hm? Was meinst du? Ich sehe aus wie ein Schlangenauge, oder? Jetzt kann ich mal mich als einer von ihnen ausgeben und sie haben keine Ahnung. Klar, wenn sie mich erwischen, dann war es das für mich. Aber hohes Risiko, hoher Lohn, stimmt's? Der Helm macht mir etwas Sorgen. Erwarten die wirklich von uns, dass wir diesen Strahlaugen vertrauen? Wenn sie für die Behörde arbeitet, wer weiß, was mit uns geschieht. Das ist nicht unsere Entscheidung. Meneck hat sie reingelassen, also ist sie dabei, ob es uns passt oder nicht. Okay. Was zum Teufel denkt sich Meneck dabei, ein Strahlauge wie sie aufzunehmen? Ja, wenn ich das wüsste. Ich habe aufgehört zu erzählen, wie viele Kameraden wir an ihr Volk verloren haben. Es geht auch für diesen Typen aus Calaglia dabei hier ist. Wie naiv muss man eigentlich sein, hm? Oh, Mist. Äh, ja, nein. Okay, wir mussten doch nicht wieder. Ja, wir schauen uns einfach draus. Und dann gibt es keine Infos. Irgendjemand wird es schon wissen. Huch! Wo kommen die Leute plötzlich her? Okay, wir mussten da draus. Das ist ein Licht. Hey, das wird durch. Aber es ist eine schöne Stadt. Wenn man es nie mag. Okay. Okay. Okay, da könnten wir rein. Also da möchte ich mich nicht mehr hinsetzen. Da kriegt man aber einen lassen hinteren. Äh, dieses Tor ist gesperrt. Wenn er kommt, wird wartet. Okay, der schaubelt an den Schnee weg. Ich könnte es ja verstehen, wenn man hier so vor den Holgern den Schnee wegkommt. Okay. Okay. Ich bin Muskelputz. Okay, dann gehen wir hier durch. Hochplatzstraße. Gehen wir erstmal hier lang? Wir müssen auf Eulensuche gehen. Das kann ein bisschen dauern hier. Und die Musik hier ist auch wieder so schön. Okay, hier ist nichts. Ja, was ist denn? Ich habe Berichte erhalten, dass du dein Wohn- und Arbeitsquartier verlassen hast. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ähm, ich... Sieht schlecht aus, Alfen. Du hast dich aber nicht mit irgendwelchen Rebellen verschworen, oder? Was in ihm leben? Ich muss mich um kleine Kinder kümmern. Kinder, deren Eltern zum Arbeiten am Flutlicht geschickt wurden. Ist das so? Naja, das habe ich alles schon mal gehört, junge Dame. Ich schicke dich zum Flutlicht, weil du ohne Erlaubnis rausgegangen bist. Du kannst dort den Eltern erzählen, wie es ihren Kindern geht. Oh nein! Nein, bitte! Wer kümmert sich denn um sie, wenn ich nicht mehr da bin, um ihnen zu helfen? Nicht mein Problem. Dich hat auch niemand darum gebeten, sie überhaupt erst aufzunehmen. Komm mit. Das reicht schon aus, um abgeschoben zu werden. Das ist doch irre. Hier ist eine Belohnung. Wenn du andere Verdächtige findest, dann melde sie ebenfalls. Aber natürlich. Vielen Dank. Weißt du, was du gerade getan hast? Alfen. Nein. Die Frau, die du gerade verraten hast, kümmert sich um Kinder ohne Eltern. Und? Was hat das mit mir zu tun? Kannst du? Meine Eltern wurden doch auch zum Flutlicht geschickt, weißt du? Sie kamen in einem erbärmlichen Zustand zurück. Wir schaffen es, dich zu arbeiten und Essen zu besorgen. Also muss ich alles tun, was ich kann, um über die Runde zu kommen. Das heißt aber nicht, dass du einfach... Dann fütter uns. Komm schon. Besorg uns was zu essen. Ich warte, verdammt. Mann, ich hätte nicht so rumschreien sollen. Alfen. Dass man Leid ran will. Lass uns verschwinden. Wir müssen ein Reich retten. Und C4. Ja. Das sind Zustände. Problem ist, mit welcher Straße sind wir jetzt? Da müssen wir hoch. Ich gehe jetzt in eine Gasse. Okay. Dann nehmen wir das. Ach, okay. Das ist die Straße, auf der wir in die Stadt reinkamen beim letzten Mal. Okay. Ich verstehe. So, dann gehen wir erstmal hier noch lang. Uh, Wasser. Ich liebe Wasser in Videospielen. Gut, hier ist wieder ein Tor. Da kommen wir bestimmt nicht weiter. Und es sind auch keine Eulen zu sehen. Okay. Okay. Ich daresache... Doch mein woah, Dor. Das Ender wird SURPistee aus? Michel ist doch genau. ¡Generys! Ich meine technisch. Und es veure�s presidente. rebuild. Fragen. Na klar. Das ist gut. Aber er ist, wenn ich mich nicht weiss, ich haut. Er ist hier nie, ich habe ja so geholfen, dass es der光 der Master Core im当 arkadaşreich ist? Wie ist das Karagría? Aber ich kann hier wenn man sich光 aufgetrunken wird, da ist hier ein Licht? Achtet ist, in der Schleswig-D Barräu Spagens imien war, aber ich habe mich noch nie in Setzen des 300년es Jahren, Ich hab so das Gefühl, dass es bald dem nächsten Lord auf die Fräse geht. Ich hab so das Gefühl, dass sie auf die Fräse geht. Das war's für heute. Ich will mich für den Ort, um mich zu wissen. Ich will mich zu helfen. Warum? Warum? Ich bin dein Vater, was? Ja, genau. Ich bin Vater. Ich bin mir. Ich bin mir. Soll ich... Das ist... Ich bin so ein Wunscher, dass sie sich mit der Hügel und der Frau, die sich nicht mehr so fühlt. Sie sind so ein Wunscher, wenn sie nicht mehr so sind. Das ist das, dass du so einen Hügel zu arbeiten? Das ist falsch. Sie sind da so eine Lerna-Wunscher, die ich nicht mehr so fühle. Sie sind so ein Wunscher, wenn sie nicht mehr so tun. Ich bin so ein Wunscher, Das war's für mich. Die könnte auch als Blitzableiter fungieren. Das war's für mich. 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 Ich kümmere mich. Das war's für 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 mich. Okay. Okay. Das war's für mich. 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 Ach, das war's für mich. 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 Ich muss immer drauf achten. Ich muss die ihren Zauber wirken. Damit wir die Feinde schenken lernen können. Ich glaube, das könnte ganz nützlich werden. Das ist aber eine erstaunlich helle Kanalisation. Ich denke, da hieß es ein bisschen wir. Das bedeutet, dass wir erstmal diese Richtung hier. Wir brauchen wir dann, glaube ich, wieder zum Kochen. Mehr Killer-Kuchen ging nicht, ne? Weg mit eurem Gift. Weg, 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 weg. Ich glaube, die Killer-Kuchen können keiner mehr zu machen. Ich glaube, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das passt doch. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist nicht so. Wir wissen, wie es geht? Es ist ein Abfall. Es ist ein Abfall. Aber es ist ein Abfall, dass es nicht so groß ist. Das ist nicht so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 raus da diese fontänen sind der letzte scheiß okay schlick ist ja schon ganz gut Wollen wir mit diesem Zauber nicht jemanden unterbrechen können. Nein. Ich muss einfach nicht. 40 Chili haben wir bekommen. Das ist gut. Oh, nichts gewandt. Ich bin mir noch nicht. Oh, nichts gewandt. Ich kann mich nicht. Das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020